Ich begrüsse euch mit dem Wochenspruch über den 10. Sonntag nach der Initatis. In Psalm 33,12 lesen wir, «Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat.» Und wenn wir Erbegeh hören, dann kommen uns Erbgeschichten in den Sinn. Nicht nur Erbgeschichten, sondern Erbstreitereien. Manchmal gibt es um das Erbe sogar Kriege, innerfamiliären Kriege oder sogar Völkerkriege. Und die Thematik des Erbstreits wird uns jetzt ein paar Sequenzen lang beschäftigen. Wer ist hier gemeint? Was ist das für ein Volk? Wir sind immer noch in unserem Geburtstagsmonat als Schweizer. Es klingt noch etwas nach, man hat es noch etwas vor sich. Unser grandios Geburtstag, den wir immer feiern, immer am 1. August. Und dann kommen die Gefühle in den Schweizer hoch. Wir haben es doch eigentlich gut. Wir sind so etwas ein erwähltes Land. So gut wie es uns geht, das kann ja nicht ein Zufall sein. Das ist sicher ein Sägen Gottes. Und dann kommt natürlich die Frage, wenn wir schon so ein super Volk sind, fast ein wenig ein Vorzeigemodell und ein schönes Land. Könnte es nicht sein, dass dieser Vers hauptsächlich auch über uns geschrieben ist oder jemand von uns spricht. Und dann neigen wir schon etwas dazu zu sagen, das könnte auch ein Schweizer Psalm sein, das könnte auch ein Schweizer Vers sein. Es gibt gute, sachliche, objektive Gründe, die Gott dazu bewegen können, unser Land als das erwählte Land, unser Volk als sein Volk auszuwählen. Schon darum gehen wir ja an mit dem Rüttlischwur. Von Anfang an wollen wir auf diesem Fundament stehen und bauen. Dann haben wir ein prachtes Land, ein Vorzeigemodell von Gottes Schöpfungsmöglichkeiten. Daneben sind wir ja ein anständiges, ein fleissiges, ein machtresistentes, ein unkorruptes Volk. Aber wir haben auch Glaubenshelden, einzelne herausragende wie der Bruder Klaus. Wir haben Leute wie Ari Duna, die das Rote Kreuz haben gegründet. Wir haben also durchaus solche Modellpersonen. Letzten Endes haben wir sogar eine Landeshymne. Dazu möchte ich auch noch etwas sagen. Unsere Landeshymne. Wir sitzen hier auf einem Schweizer T-Shirt, tritt es dem Morgenrot daher. Es ist die einzige Landeshymne auf der ganzen Welt, die als Gebet konzipiert ist, die Gott geehrt wird. In jeder Strafe kommt ihr zum Ausdruck. Also warum nicht die Schweiz als Erwählungsmodell? Jetzt sehen wir, das ist ein richtiger Schweizer. Er heisst auch gleich Schweizer. Elias Schweizer, unser Kamera-Assistent. Es gäbe also gute Gründe für Gott, uns als Erwähltsvolk an einem schönen Ort dieser Welt zu positionieren. Sogar die Japaner geben das zu. Und trotzdem, unsere Geschichte müsste trotzdem etwas anders verliefen sein. Nehmen wir jetzt gerade den Wilhelm Tell als eine Vaterfigur oder so ein Ur-Schweizer. Wenn er das jetzt wäre und die Schweiz mit ihm angefangen hätte, dann hätte er von Basel auf Giasso wandern müssen. Er hätte von Chur auf Genf wandern, durchs Land hin und her. Er hätte es nicht verteidigen können, weil es noch gar nicht sein wäre. Genau wie es bei Abraham war. Und sein Walterchen hatte er auch noch nicht so schnell. Seine Frau wäre nämlich unfruchtbar bis ins hohe Alter. Und am Schluss, kurz vor dem Tod, hat er dann noch einen Sohn geboren. Das wäre dann ein richtig grosses Schweizer-Wunder gewesen. Dass der Tell eine Art Wildhäuer war, war es dann wieder recht gut zu einem Abraham als Nomad. Also ein karges Leben. Hingegen, was dann gar nicht passt, ist der Schluss der Geschichte. Der mit dem Apfelschuss ist dann doch nicht so vergleichbar mit dem Abraham, welcher sie Isaac auf ein Altar gelegt hat. Und eigentlich alles hat verloren, ihn auch nicht retten konnte. Und auch nicht mit Zielgenauigkeit. Das wäre gar nichts zu machen gewesen. Nur noch der Glauben. Und wenn man diese Herausforderung sieht am Anfang von ihrer Geschichte, müssen wir sagen, unsere Geschichte ist dann doch nicht ganz so. Auch da steht Apfelschuss. So hoch hängende Latte. Schwindelerregend hoch. Wir werden uns das nächste Mal in der nächsten Sequenz damit beschäftigen, was eigentlich das Erb, das hier davon geredet ist. Es geht irgend um einen Besitz, wo jemandem gegeben wird, anvertraut und von denen vererbt. Aber das muss man genauer anschauen, um es zu verstehen. Also, auf ich Umsatz mit Forever zu sehen. Vielen Dank.